Hallo Belly, es gibt eine Goldman Sachs-Studie, die dieser Tage herausgekommen ist, die besagt, dass die Privatanleger immer noch Angst vor Aktien haben, aber trotzdem sich gezwungen sehen, in Aktien zu investieren aufgrund des Kapitalmarkt-Umfelds. Ist im Zwang eigentlich kluges Handeln möglich? Nein, im Zwang ist nichts kluges Handeln möglich, aber es gibt ja keinen Zwang. Also jeder ist ja freiwillig entweder dabei oder nicht dabei. Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir verschiedene Anlagekategorien haben, dass man einen Teil hier investiert, einen Teil hier, einen Teil vielleicht im Eigenheim, Eigenfamilienhäuschen und so weiter, weil wir wissen nicht, wie die Welt funktioniert. Niemand versteht die Welt, auch die Börsengurus verstehen die Welt nicht. Wir wissen nicht, steigt der DAX, fällt der. Aber damit man ein bisschen abgesichert ist in die verschiedenen Kategorien, in die verschiedenen Töpfchen ein bisschen Geld zu tun. Das ist sicher eine gute Strategie. Nun haben Sie mal ein Buch veröffentlicht, die Kunst des klugen Handelns. Das ist sehr gut angekommen. Das heisst, die Menschen erwarten von Ihnen vielleicht auch einen kleinen Hinweis, wie man klug handelt. Wie handelt man klug an der Börse? Mein Thema ist nicht, wie handelt man klug, sondern wie kann man Denkfehler vermeiden? Also wenn wir Fehler und Fallen vermeiden, dann ist das Upside schon mal da. Also dann kann man einfach warten, bis es Upside kommt, bis es hochgeht. Wichtig ist, dass man diese Denkfallen, diese systematischen Denkfehler einigermassen versteht, dass man sie kennt und dann kann man ihnen aus dem Weg gehen. Und alles, was dann oben drüber kommt, das kommt dann automatisch. Welche Denkfallen sind dann im Zusammenhang mit Anlageverhalten besonders eklatant? Ja, es gibt vielleicht etwa zehn, die wirklich eklatant sind. Confirmation Bias ist eine, die Bestätigungsirrtum, dass wir mit einer Theorie über die Welt, über den Markt umherlaufen und nur Informationen aufnehmen, die dieser Theorie entsprechen und alle Informationen, die die Theorie nicht stützen, unsere Lieblingstheorie nicht stützen, dass wir die ausfiltern. Das ist ein grosser Denkfehler, den wir sehr häufig immer wieder machen. Dann ein anderer ist Social Proof. Wir tendieren dazu, das Verhalten der anderen zu kopieren. Und es ist eben nicht so, wenn alle irgendwie in eine Richtung rennen, muss ich dann auch nicht in diese Richtung rennen. Das ist ein Fehler, der sehr tief in uns sitzt, aber er kann verheerend sein. Das hat man bei der Dotcom-Geschichte gesehen. Alle haben Dotcom-Aktien gekauft, alle haben Dotcom-Aktien verkauft, alle haben Gold gekauft, alle haben Gold verkauft. Diese Überdrehungen, die kommen hauptsächlich aus diesem Social Proof-Effekt hervor und man soll sich nicht von der Masse leiten lassen, sondern unabhängig denken. Das ist so ein zweiter wichtiger. Dann gibt es, ich könnte Ihnen jetzt noch eine Stunde Vortrag halten, aber das wollen Sie nicht, über die anderen. Dann kann man das Buch lesen. Sie sind ja nicht nur Buchautor, Sie sind auch Geschäftsmann. Sie haben jetzt eben Übertreibungen angesprochen. Sehen Sie denn aktuell in der derzeitigen Marktlage eine Übertreibung oder ist das alles normal, was an den Kapitalmärkten abläuft? Das ist, hindsight weiss man es dann immer, nach vorne weiss man es nie. Ich weiss es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiss es nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen, ist der DAX jetzt überdreht oder nicht überdreht. Ich kann es Ihnen schlichtweg nicht sagen, weil niemand weiss es. Wenn ich es wüsste, dann wäre ich schon lange auf irgendeiner Superjacht im Mittelmeer und würde dort das Leben geniessen und nur noch Bücher lesen und Bücher schreiben. Aber das ist leider nicht so und das ist genau das Gleiche mit den Börsengurus. Die wissen es auch nicht. Darum sind sie Börsengurus und nicht irgendwelche Multimilliardäre in Privatjets. Herzlichen Dank.